Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde. Mike war für die Galaxy Resurrection. Leute, ich war aktiv. Ich war verdammt aktiv. Weil ich hier abgezogen habe, war ein Krampf. Also, einsortieren funktioniert halbwegs. Es kommt einiges an. Es kommt verdammt viel an. Ich würde sagen, wir lassen das für einen Moment so. Also Ressourcen haben wir jetzt. Nächstes Problem. Wir haben keinen Speicherplatz. Wir haben Gottverdamm keinen Speicherplatz. So. Deswegen. Würde ich sagen. Wow. Machinery? Ach so, die Keks. Ja, jetzt ist es dann was Strongboxes machen. Dann machen wir irgendwann mal. Ja, hier, Tinkering, komm. Danke. 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 Aber jetzt, komm, die öffnen wir mal gerade. Vielleicht haben wir ja noch einen coolen Speicher dabei. Balance Sword. Oh, gut. Und wir haben... Gladius. Broken. Gladius. Sag nicht so, dass sie jeder von der Eck. Und... Gladius. Ja, jetzt zeigen wir, dass ich welche Gladius bekommen. Ja, GG. Und zu guter Letzt bekommen wir Tormund. Ja. Jetzt sind wir zusammen drei Schwerter. Happy Birthday. Also die Schwerter interessieren mich schon gar nicht mehr richtig. So, wie gesagt, ich würde heute mal anfangen. MB-System. Ich werde als allererstes aber gerne die Sertus Seeds machen. Äh, hier die. Da brauchen wir große Essenz und ein Minitius Seed. Das ist schnell gemacht. Oh, hier ist noch das. Ähm... Das ist relativ schnell gemacht. So. Sertus Seeds, sehr schön. Äh, ich habe auch ausgenommen, weil hier noch drei weitere Sorter Plans gemacht. Und... Das reicht immer noch nicht. Also wir haben jetzt hier, wenn wir jetzt hier hingehen, kommen schon 25 FPS runter. Das heißt, mich im Klartext, ich werde langsam auf den Server wechseln müssen. Auf den richtigen Server. Ich habe hier überall noch Void-Trips angeklatscht, damit dieser Sludge da wegkommt. Was war denn eigentlich hier? 8000 Dirt? Wie viel sollten wir hier bei, ähm, Automation Empire mal machen? Eine Million. Jawohl. Dirt ist... Brennt hat er über den Server laufen. Das hält jetzt, glaube ich, schon morgen zusammen. Ey, what the fuck? What the fuck? Ja, ich glaube, Dirt hier könnte echt schon wieder abreißen. Wie viel ist da? Ja, siehst du, wir sind schon wieder bei 20. Das bringt echt gar nichts. Hier bekommt noch Energie. Hier habe ich nochmal 17. Vielleicht kann ich nochmal eins machen. Ob ich hier die Blöcke eigentlich nicht hingetan? Scheiße. Muss ich nochmal neue machen, aber das ist ja nicht das Thema. 900. Ein Stack tun wir da wieder rein. Was ich aber gerade machen möchte, ich möchte meine EMC-Batterien wieder aufladen. Die sind... fast alle aufgebraucht. Dann können wir hier von jetzt noch welche... Craften. In Anführungszeichen. Um die ganze Farm hier noch OPA zu machen. So. Dann einmal hier hin. Obsidian müssen wir noch machen. Also unten wird jetzt auch schon alles abgefarmt. Also so wie ich das eben gemacht habe, ich glaube, das ist echt undrücklich kompliziert gemacht. Okay, für mich eben für euch. Letzte Folge. So, was werden wir auf jeden Fall noch brauchen? Und... Ja, perfekt. Hab ich sehr gut gemacht. Wo ich le Pickaxe... Wo hab ich die Pickaxe... Hab ich jetzt kaum verdammt mit. Muss ich mir glaube ich eine neue Pickaxe machen, die hab ich irgendwo verlegt. Aber jetzt wo wir Zugang zu Ressourcen haben, ist das ja echt easy. Eisen werden wir brauchen. Gold. Äh, Blaze Seeds würde ich gerne machen. Äh, Silver, Lead. Copper und Zinn. Mach mal Copper noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Äh, ja, das könnt ihr ja jetzt auch rausnehmen. Da wird ja quasi Insta verkraftet. Genau, wie so wie dat und dat. Oh, genau, jetzt sie werden lustig. Hier, die zwei muss ich auch noch fertig machen. Boah, ich will nicht grad weinen. So, damit ich's nicht vergesse. So. Ich mein, ich hab's zwar jetzt schon wieder vergessen, aber na gut. Naja. Kann ich nix machen. Kuhn sind die Strupe. Das ist ein Witz. Okay. Was kostet uns eine Deep Storage Unit? Ich hab' Wind. Ja, da. Ein Resonant Energy Cell Frame. Okay, nur eins raus. Aber die haben EMC. Ich glaub' mit EMC. Ich glaub' mit EMC werden wir echt ganz gut arbeiten können. Oder was heißt ganz gut? Wir werden arbeiten müssen. Also mit 4.3 hab' ich mich langsam angefreundet. Ja gut, dann machen wir das mal gerade fertig. Wir brauchen 4 Enderium. Wir brauchen Elektrum. Aber wenn wir beim E-System angekommen sind, dann können wir so viel einfacher ran gehen an die ganzen Sachen. Boah, ich freu mich schon drauf. Ich freu mich schon richtig drauf. Dann fahren wir noch mit Hardless. Okay. Ja, warte. Ich bin ja mal gespannt, was ihr so zu den Folgen sagen werdet, wenn ihr sie seht. Ja. Hab' ich gerade richtig gesehen. Okay. Ja, die Mobfarm müssen wir echt auch irgendwie mal ein bisschen umgestalten. Okay. Was wollte ich jetzt? Ah ja. Ich wollte mir hier einen Tier rausholen. Dann kann ich nochmal hier die letzten 4 rausholen. Ah ja, ich hab' auch hier Item Conduit Speed Upgrade zu zeigen. Wieso werden die Zeugner gezeigt? Naja. Äh, die Item Conduit Speed Upgrade ist reingetan. Fangen wir gerade so. Weil wir haben ein Problem, wenn wir die nicht drin haben. Ich hab' ja jeweils 15 Stück drin, in denen die nicht drin sind. Dann passiert das hier. So, jetzt aber erst einmal Power. Ist doch schön anzusehen, ne? Zack. Zack. Da ist es schon. Da muss... Brauchen wir jetzt eigentlich wirklich noch Initio Sense? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht für einen Furniss, aber... Oh, das wird jetzt krass. Alles klar. Ich kann... Portemonnaie freut dich schon mal. Du wirst für einen Server aufgebunkert. Äh, ausgebeutet. Na? Also hier so ein bisschen... Ich glaub auch, wir müssen kein allzu großes Feld machen für Yellow Ride. Aber naja, schauen wir mal. Können wir ja mal testen. Vielleicht können wir ja ein 1x9 Feld oder so machen. Hey, was machst du hier noch? Ey, ich hab mich glaubt, dass noch meine Spitzhacke weg ist. So. Jetzt hier. Für die Nickel Seeds. Für die Led Seeds. Für die Led Seeds. Das Schöne ist, das reicht auch wirklich schon vom Powern her. Der Mansionary Time Block hat genug. Die Harvester haben gerade so genug. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Wir brauchen viel mehr Energie. Ah, okay. Wir haben Nacht. Ja gut, das erklärt's. Das kann hier mal rein. Das kann hier mal rein. Alle ganz kurz schlafen. So. Also. Plan für heute. Energieversorgung aufbauen. Ich werde wahrscheinlich... Sorry, ich musste ganz einfach was trinken. Ich hab gemerkt, wie ein starkes Kratzen im Hals ankam. So. Energieversorgung. Ich hab überlegen, ob wir nicht die Kohle, ob wir nicht noch einen Tesseract machen. Ich hab hier noch blöderweise ein paar zu viel gemacht. Ein Stück. Ob wir nicht sagen. Ähm. Code. Kommt jetzt hier drüben rein. Dann hätten wir ja schon mal wieder was. Ähm. Item Mode Receive. Ähm. Ja, Moment. Ah. Ich weiß nicht so wirklich, was ich machen soll. Schauen wir mal, wie ich das mache. Habe ich noch etwas... Ne. Advanced Item Filter habe ich nicht. Vielleicht noch Item Filter an sich. Oh. Jetzt weiß ich, wo ich auch wieder eben dann war. 16 Fürst Quarz. So. Dann schauen wir mal hier einmal ganz kurz. Das haben wir. Zack, 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 zack. Sehr schön. Wir brauchen noch Bronze und Tin war das. Und. Oh, zumindest. Tin. Das war Silver, oder? Das war Long John Silver Kappa. Ja. Zwei würde ich gerne dann nochmal machen. Und dann einmal. Äh. Ein. Item Filter. Boah. Habe ich hier nicht noch irgendwie verprobert? Das kann ich mal rausnehmen. Einen Item Filter. Ne. Warte mal hier. Led. Und. Aus. Ne. Silber war noch. Ne. Die haben schon wieder 536. Ne. Wieso wird das Tier vielleicht kaum abgehendet? nach legen. Doch. Ne. Ja. Irgendwas stimmt hier teilweise nicht. Ne. 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 ich raten? Ja. Mhm. Wir müssen Platz machen. Okay, okay. Ähm. Jetzt lasse ich mal hier hin. Das nicht hier? Oder? Ja, komm. Nee, nee, nee. Ich will das nicht hier. Mach mal lieber so. Dann baut man, wie gesagt, ein Itemfilter. Warte mal hier noch hin. Itemfilter habe ich jetzt auch keine Sonde. Nee. Und hier? Auch nicht. Das ist doof. Habe ich noch Hopper? Nein. Habe ich überhaupt noch was? Schön wär's. Gut, dann machen wir eben nochmal einen neuen Hopper. Da baue ich jetzt erstmal nicht. So und so. Papers, please. Jetzt. Papier. Da gibt's irgendwie eine gute Muschigkeit. Eine einfache. Aus drei Holz? Wenn das so ist, gib her, Jung. Und natürlich geht das mit dem Holz nicht. Wenn das so ist, gib her, Jung. Zweiter Versuch. Zwei. Boah, das ist so gut. Ja gut, dann hat sich das auch schon mal erledigt. Ja gut, das hat auch nicht einen C-Wert, aber... Oh. Da hast du mir einfach gecrashed. Ähm, gut, es gibt heute mal eine kürzere Folge. Sorry. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, beim nächsten Mal werde ich dann schon auf dem Schrauber sein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.